In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Exponentialgleichungen mit Hilfe der ln-Funktion lösen kann. In erster Reihe ist es natürlich wichtig zu wissen, wieso man überhaupt die Logarithmus-Funktion braucht, um eine Exponentialgleichung zu lösen. Um das besser nachzuvollziehen, schauen wir uns eine Grundlage aus der Mittelstufe an, die jeder von euch noch bekannt sein sollte. Und zwar, es geht um Potenzgleichungen. Und wir möchten diese Gleichung hier lösen. x² ist gleich 9. Also, unser Ziel ist an das x dran zu kommen und diese Ho2-Geschichte verschwinden zu lassen. Okay, wie macht man das? Naja, natürlich mit der Wurzel. Also, wir ziehen die Wurzel, damit verschwindet die Ho2 und wir haben zwei Lösungen. x1 ist einmal 3 und x2 ist minus 3. Also, der Grund, wieso wir die Wurzel gezogen haben, ist natürlich diese Hochzahl, diese Ho2, die müsste verschwinden, damit wir an dieses x drankommen. Natürlich, wenn da x hoch 3 stehen würde, würden wir dann die dritte Wurzel ziehen und so weiter. Nach einem ähnlichen Prinzip kann man auch Exponentialgleichungen lösen. Wir haben hier beispielsweise eine Exponentialgleichung zu Basis e und unser Ziel ist natürlich, dieses e verschwinden zu lassen, damit wir x bestimmen. Dann können wir behaupten, wir haben die Gleichung gelöst. Um e verschwinden zu lassen, müssen wir logarithmieren. Und zwar mit einem Logarithmus in Basis e, was auch als natürlicher Logarithmus bezeichnet wird und mit ln abgekürzt wird. ln lässt dann sehr vereinfacht gesehen e verschwinden und dann bleibt ja nur noch die Hochzahl übrig, in diesem Fall dieses x. Und auf der rechten Seite muss natürlich auch logarithmiert werden. Da haben wir einfach ln von 2 dann stehen. Übrigens, checkt euch nicht vor solche Ergebnisse. Das nennt man auch eine exakte Lösung der Gleichung, dieser ln von 2. Und diese Schreibweise genügt als Ergebnis absolut aus, wenn man keinen Taschenrechner zur Verfügung hat. Wenn man allerdings einen Taschenrechner zur Verfügung hat, kann man das Ganze auch in den Taschenrechner eintippen. In diesem Fall wäre ln 2 ungefähr 0,7. Also, ln von 2 ist eine Dezimalzahl und zwar ungefähr 0,7. Und schlussfolgend können wir dann sagen, so wie wir auf der linken Seite die Wurzelfunktion benutzt haben, um die Hochzweipotenz verschwinden zu lassen, so benutzen wir auf der rechten Seite die ln-Funktion, um die Basis e dieser Funktion verschwinden zu lassen. Und nun mal so am Rande, wenn eine Funktion eine andere Funktion sozusagen aufhebt, nennt man das das Verhalten zwischen einer Funktion und ihrer Umkehrfunktion. Und das wäre halt wichtig mitzunehmen an dieser Stelle. Also die Tatsache, dass die ln-Funktion die Umkehrfunktion der e-Funktion ist. Bevor wir gleich ein paar Beispielaufgaben zusammenrechnen werden, macht es durchaus Sinn, wegen ein paar Fallen, die an dieser Stelle auftauchen könnten, noch die grafische Bedeutung einer einfachen Exponentialgleichung genauer anzuschauen. Wir haben gerade folgende Gleichung gelöst. E hoch x ist gleich 2. Da haben wir logarithmiert und haben herausgefunden, x ist gleich ln 2 oder näherungsweise 0,7. Versuchen wir uns das Ganze grafisch vorzustellen. In erster Reihe müssen wir natürlich die e-Funktion abbilden. Das ist die blaue Kurve hier. Ich glaube ganz gut zu erkennen. Wenn man dieses Schaubild genauer betrachtet, dann sollte man sich daran erinnern, dass die e-Funktion ausschließlich nur im positiven Bereich liegt, das heißt über der x-Achse. Und auch wenn nach links so aussieht, als würde sie irgendwann mal die x-Achse berühren bzw. schneiden, tut sie das nicht. Sie nähert sich nur der x-Achse. Also e hoch x ist immer positiv. Jetzt, auf der rechten Seite von der Gleichung steht natürlich eine 2. Die 2 kann man sich auch als eine waagerechte Gerade im Koordinatsystem vorstellen, die bei 2 die y-Achse schneidet. Indem man praktisch die e hoch x gleich mit zwei Sets. Bestimmt man eigentlich indirekt die Schnittstelle zwischen dieser zwei Schaubilder. Und ich glaube die Schnittstelle ist ganz gut erkennbar hier an dieser Stelle. Und wenn ihr das Ganze jetzt Richtung x-Achse verfolgt hier unten, dann sind wir ungefähr bei 0,7. Also genau das, was wir hier hatten. Dann schauen wir uns jetzt eine ähnliche Gleichung an. Und zwar e hoch x ist gleich minus 1. Und wir werden versuchen jetzt, uns diese Gleichung an diesem Schaubild vorzustellen. Also, auf der einen Seite haben wir die e-Funktion, die bereits abgebildet ist, und auf der anderen Seite die minus 1. Die minus 1 können wir als waagerechte Gerade wieder eintragen. Sie ist hier unten. Wenn ihr jetzt nach einer Schnittstelle zwischen der e-Funktion und dieser Geraden sucht, werdet ihr natürlich keine finden. Und zwar, weil sie sich niemals treffen. Aus diesem Grund kann man sagen, dass diese Gleichung keine Lösung hat. Und wenn es der Lehrenunterricht erlaubt, kann man natürlich auch diesen Blitzer hier benutzen. Sieht dann so aus. Nutzt das, was ihr aus dem Unterricht kennt. So ähnlich sieht es auch bei der nächsten Gleichung aus. Da habe ich e hoch x gleich 0. Also, die e-Funktion ist abgebildet. y gleich 0 kann man sich hier auch als Geradengleichung vorstellen. Und wir haben ja gesagt, die e-Funktion wird niemals die x-Achse berühren oder schneiden. Deswegen gibt es auch an dieser Stelle keine Lösung. Schlussfolgernd können wir dann sagen, dass eine Exponentialfunktion am Ende nur dann lösbar ist oder logarithmirbar, wenn auf der rechten Seite eine positive Zahl steht. Sobald auf der rechten Seite 0 oder eine negative Zahl steht, darf man nicht logarithmieren und die Gleichung besitzt keine Lösung. Und damit ihr nicht glaubt, es könnte sich irgendwas ändern, wenn die Hochzahl der e-Funktion negativ wird oder ähnliches. Auch diese Gleichung e hoch minus x gleich minus 1 besitzt keine Lösung. Der Grund dafür ist ganz einfach, wenn ihr jetzt wieder auf ein Schaubild schaut. Das hier ist e hoch minus x. Also, das ist nur die e-Funktion, gespiegelt an der y-Achse. Und auch diese rote Funktion kann die minus 1 oder die 0 oder jede andere negative Zahl nie erreichen. Und jetzt Schluss mit der Theorie. Es ist Zeit für die Beispielaufgaben. Also, die erste Beispielaufgabe seht ihr ja schon. e hoch 2x ist gleich 6. Auf der rechten Seite steht ja eine positive Zahl. Deshalb dürfen wir natürlich gleich logarithmieren. Somit bleibt auf der linken Seite nur noch die Hochzahl von e übrig. In diesem Fall 2x. Und auf der rechten Seite einfach nur ln von 6. Dann muss die 2 noch weg. Und die kriegen wir rüber mit geteilt durch 2. Und somit haben wir schon unsere Lösung. Und die lautet ln 6 geteilt durch 2. Ich lasse das Ergebnis so stehen und tippe es nicht mehr in den Taschenrechner ein. Noch eine kleine Bemerkung. Kommt nicht auf die Idee, die 6 in ln mit der 2 zu kürzen. Das wäre ein böser Fehler. Aufgabe 2. Was man hier nicht gleich machen sollte, ist logarithmieren. Man könnte es auch so lösen, aber man musste halt zwischendurch eine Menge Logarithmusregel anwenden, um auf das Ergebnis zu kommen. Und wir wollen ja einen möglichst einfachen Lösungsweg. Deswegen ist es empfehlenswert, immer diese e-Funktion erstmal alleine zu haben. Das heißt, diese 2, die hier vorne steht, muss erstmal weg. Und die bringen wir natürlich rüber mit geteilt durch 2. Und dann haben wir e hoch minus x alleine stehend. Und 6 geteilt durch 2 sind natürlich 3. Erst jetzt, wenn die e-Funktion alleine steht, sollte man logarithmieren. Dann ist man gleich fast am Ziel. Also, auf der linken Seite bleibt dann die Hochzahl übrig und die lautet minus x. Und auf der rechten Seite haben wir vorerst ln von 3. Natürlich muss noch das Minuszeichen da weg. Entweder mal oder geteilt durch minus 1. Und somit haben wir schon die Lösung und die lautet minus ln von 3. Übrigens, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe den Dreh jetzt drauf, dann könnt ihr bei den nächsten Aufgaben auch am Anfang immer auf Pause drücken und versuchen selbst erstmal die Aufgaben zu lösen. Erst dann mit meinem Lösungsweg bzw. Ergebnisse zu vergleichen. Nummer 3. Auch hier formen wir zuerst die Gleichung so um, dass die e-Funktion alleine auf der linken Seite steht. Das heißt, zuerst geht die minus 9 rüber mit plus 9. Dann haben wir minus 3 e hoch x sind gleich 9. Dann natürlich geteilt durch minus 3. Somit haben wir e hoch x ist gleich minus 3. Wir nennen uns die e-Funktion kann nicht logarithmiert werden, wenn auf der rechten Seite eine negative Zahl steht. Deshalb hat diese Gleichung keine Lösung. Nummer 4. Gleiche Strategie. Wir formen erstmal um. Also erstmal plus 12. Dann haben wir 2 e hoch minus x plus 1 sind gleich 12. Dann natürlich noch geteilt durch 2. Dann haben wir e hoch minus x plus 1 sind gleich 6. Dann können wir endlich logarithmieren. Und übrig bleibt auf der linken Seite nur die Hochzahl, also minus x plus 1 diesmal ist gleich ln von 6. Dann formen wir noch nach x um. Das heißt, erstmal die 1 rüber mit minus 1. Heißt, minus x ist gleich ln von 6 minus 1. Und am Ende noch das Minus vor dem x weg, also geteilt oder mal minus 1. Dadurch drehen sich auf der rechten Seite alle Vorzeichen um. Entsprechend haben wir dann minus ln von 6 und dann plus 1. Und das wäre dann die Lösung. Nummer 5. Die Gleichung sieht beim ersten Blick ein bisschen seltsam aus. Und zwar durch die Tatsache, dass jetzt auf einmal dieses e alleine steht. Also nicht als Exponentialfunktion mit e hoch x, sondern nur e. Ist ja nicht weiter schlimm. Zur Erinnerung, e ist eine mathematische Konstante. Sie heißt Euler'sche Zahl und hat einen festen Wert. Und er liegt ungefähr bei 2,718 und so weiter. Also 2,7 reicht. So, und weil es eine Zahl ist, dann können wir es auch entsprechend behandeln und zuerst auf die andere Seite bringen. Das heißt, als erstes schreiben wir hier minus e. Dann haben wir hier entsprechend minus e hoch x ist gleich minus e. Dann muss ja noch dieses Minuszeichen vor dem e hoch x weg. Also mal oder geteilt durch minus 1. Und somit haben wir e hoch x ist gleich e. Natürlich dürfen wir jetzt logarithmieren. Und somit lautet unser Ergebnis x ist gleich ln von e. Gut, man könnte das Ergebnis auch so stehen lassen. Aber es ist wichtig, dass ihr euch erinnert, dass das Logarithmus zwei besondere Werte hat. Einmal dieses ln e, das ist ja immer 1. Und einmal zur Erinnerung auch noch ln 1, das ist ja immer 0. Mit der Zeit ist es günstig, wenn ihr euch diese Werte merkt. Das heißt, auch für uns hier, weil ln e 1 ist, können wir natürlich die Lösung auch als x gleich 1 hinschreiben. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Damit ich dieses Video nicht unnötig in die Länge ziehe, habe ich hier meistens relativ einfache Exponentialgleichungen behandelt. Natürlich gibt es auch komplizierte Exponentialgleichungen, wo man auch solche Ansätze wie Satz vom Nullprodukt oder Substitution benutzt. Dann, auch in diesem Video, haben wir uns nur auf die e-Funktion bezogen. Es gibt natürlich auch allgemeine Exponentialgleichungen, wo die Basis nicht e, sondern wie zum Beispiel hier abgebildet 2 ist. Dann sind natürlich im Zusammenhang mit der e-Funktion auch die Eigenschaften der e-Funktion sehr wichtig. Wir haben sie sogar für das Lösen der Gleichung benutzt. Damit meine ich Verschiebung, Streckung oder Spiegelung. Und für weiterführende Aufgaben natürlich auch noch die Ableitung bzw. die Stammfunktion der e-Funktion. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.